Norddeutscher Rundfunk 2021 Eine Kollegin von Andrea hat letzte Woche den Vogel abgeschossen. Sie hat vorgeschlagen, du könntest ja mal etwas Exotisches kochen für uns. Exist ein Rezept rausgesucht. Sie sagte mir eine Viertelstunde vorher ab. Ich konnte ihn selbst fressen. Der Toast Hawaii. Sie sagte, sie rümpfen die Nase zurecht, ich habe gerade einen fahren lassen. Aber das ist ja auch für sie interessant. Jetzt sehen Sie, nicht alles, was aus der Schweiz kommt, ist zwangsläufig neutral. Und zwar? Ai, ai, ai!